Bis gleich. Oh Mama, bringst du mir was mit? Was Spannendes, was zum Spielen. Und Schokolade. Gleich drei Wünsche auf einmal. Mir scheint, du brauchst einen Einkaufsberater. Fahr los. Und? Was schlägt der Herrberater vor? Na, Kinderüberraschung natürlich. Da hat sie Spannung, Spiel und Kinderschokolade. Alles in einem. Na sowas. Gleich zweite, Katja. Nee, nee. Eins ist mein Beratungshonorar. Kinderüberraschung erfüllt drei Wünsche auf einmal.